Hallo liebe Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Fitwist Continuum. Boah, das klingt immer so dämlich, wenn ich mir das angucke, wenn ich die Videos schneide. So, ähm, heute wollen wir mal ein bisschen hier weitermachen. Ich hab hier schon mal was vorbereitet. Ich hab mal hier vier nette... Es waren mal vier nette Energy-Beanen aufgebaut. Oh, warte mal. Vielleicht... Mal ganz kurz gucken. Vielleicht sind die auch... Ne, da sind sie unten in der Trash-Canon weg. Shit. Okay, egal. Ähm, mach ich auf Screen neue. So, wir wollen heute unsere Energieversorgung mal so ein bisschen anpassen. Das heißt, wir machen hier erstmal ein wenig Platz. Und dann möchte ich gerne erstmal die ganzen kleinen Energy-Cells haben. Ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo Kontakt verlieren, sonst bin ich gleich hier stromlos. Okay, doch ganz schön viele dichter ab. So, die werden wir mal hier einmal rundherum platzieren. Okay. Ähm, einmal die Range. Das ist die... Ich glaub, die Smart Range kann ich damit... Ja. Das erstmal alles weg. So, das hier ist ein Input. Input, 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 Input. Okay. Damit auch jede Zelle hier versorgt ist. So. Nächste Reihe. Machen wir dann die etwas höheren. Und ich bin gerade überlegen, ob ich das nicht nochmal tausche. Ähm, ob ich nicht die ganz großen hierrum sitze. Ach nee, ist egal. Wenn ich crafte, ich bin halt nochmal welche. Ähm, sollte ja auch nicht das Problem sein. So, schauen wir uns mal an, welche wir hier wegnehmen können. Die kann weg, die kann weg, die, 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 die. Also nach oben hin kann ich eigentlich alles soweit wegmachen. Ähm, das ist der Input von den Wasserrädern. Das ist mir relativ. Das kann auch weg, das kann weg, die kann weg, die kann weg. Was sagt denn hier mein... Ja, okay. Ja, guck mal, hier sind noch kleine. Die kann auch mal mit weg. Da ist auch noch eine kleine zwischen. Das ist eine mittlere. Ist die irgendwo ange... Ah ja, die ist da angedockt, die darf nicht weg. Die kann weg, die kann weg. So, setzen wir die erstmal außen rum und gucken mal, was fehlt. Kann man die nicht anders setzen? Äh, schade. Okay, passt. So. Genau, dann habe ich hier nämlich einen guten Output hinterher. Ähm, tipp, tipp. Das kommt mal zur Seite hier. Das bauen wir mal ab. So, da kann einmal Holz wieder hinein. So. Und dann machen wir nämlich hier die nächste Zeile auf. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie weit bin ich. Passt von den Chunks her. Perfekt. Auch alles raus hier. Und dann kommen hier außen nämlich noch große drum. Und da mache ich nämlich die ganz, die ganz großen Power Cells außen herum. Dafür muss man natürlich noch mal welche, äh, anfertigen jetzt. Jetzt kann man mal ganz kurz schauen, was ich hier noch wegnehmen kann. Und dann, das, guck mal, hier ist noch eine kleine. Dann kann die auch weg. Ähm, genau. Jetzt fehlt mir hier die Anzeige. Das machen wir dann im Nachgang. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und, ne, die darf nicht weg. Die kann weg und die kann weg. So. Ähm, jetzt habe ich hier zwei High. Und jetzt beginnt das lustige Gecrafter. Und jetzt werde ich auch garantiert Energieprobleme kriegen. Äh, Power Cell. Die war richtig heftig, ne? Enderium. Plates und Iridium. Oh nein. Ich hasse diese Dinger. Ähm, das stelle ich mal hier hin, weil das möchte ich gerne wieder aufgebaut haben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und Redstone. Und Redstone. Und Redstone. Und dann kommt das Ganze in den Carpenter. Und dann in den Carpenter. Ein mit Wasser, ne? Deck, 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 deck. Okay, das hatte sich gerade ganz schön komisch bei mir auf dem Ohr angehört. So, dann kann der machen, ein bisschen Speed reinhauen hier, wir machen die da mal rein, damit die Biene da nicht wieder drin abhaut. Okay, dann kann der schon mal machen und dann brauche ich LED-Platten, die müsste ich im Überfluss haben, da bin ich zunächst der Meinung, obwohl ich habe noch 17, die kann ich schon mal zu den Medien oder auch nicht, da war doch ein Christus, wir machen das anders. Ich werde die Energieversorgung erstmal hierhin, hier so rüber verkabeln und dann werden wir das Auto-Crafting über das ME System so weit aufbauen, dass wir das hier wieder zum Laufen kriegen. Die setze ich alle mal in Höhe, die kommen sowieso hier weg, die haben dann hier nichts mehr zu suchen. So, okay, jetzt müsste das aber soweit, habe ich hier auch wieder eine Anzeige. So, alle weg, alle weg. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal wieder im ersten Step angeschlossen. Machen wir mal hier so ein Mini-Screenshot und dann würde ich sagen... werden wir das abkapseln hier. Das kommt alles soweit erstmal hier weg. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. So, was haben wir hier für Glas drin? Glas mit Steel Frame. Machen wir das gleich mal wieder heile hier. Das kommt auch weg. Das kann mal weg hier. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Guck mal. Aua, ich habe hier noch neun Energy. Neun Medium. Kriege ich dann hier schon mal... Dieses Plutonium macht mich irre. Genau wie diese Alloy-Scheiße da. Okay, haben wir schon mal wieder zwei große mehr. Oh yeah. Boah, guck mal. Ist das eine schöne Zahl? Guck mal, was er da reinhaut. Boah, heftig. Also Stromprobleme, ich glaube, no way. Also diese Bienen, das ist zu geil. Also ich werde offscreen die ganzen Materialien herstellen. Genau, ich werde hier auch nochmal diese Copper. 600 Copper Wires. Kurz mal das Inventar aufräumen hier. Das weg. Das dürfte er eigentlich nicht einsortieren können. Das kann aber einsortieren. Das kann er einsortieren. Das kann weg, das kann weg. Stein hier drüben mit rein. Das Holz kann weg. Die Kabel können auch weg. Die Overclocker können auch erstmal weg. So, okay. Dann haben wir nämlich noch jede Menge Copper Wires mehr. Okay, dann kann er da nämlich schon mal weitermachen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen für die Batterien. Was brauche ich denn da großartig auf Vorrat? Die habe ich gemacht. Nickel Nuggets. Das sollte kein Problem sein. Black Quartz und Redstonia. Black Quartz habe ich 900. Redstonia habe ich gar nichts. Ich habe kein Redstonia. Die stellen wir mal da hin. Ganz kurz mal hier ein bisschen Platz gemacht. Was ist das? 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 Das ist das? Magnet. 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 Was ist das? Ich bin ganz schnell. Was ist das? Ich bin ganz schnell. Das war's für heute. boah, ist ja grauenhaft. so, zack 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 mal eben schnell hier alles durchhauen und dann ist wahrscheinlich auch gleich mein storage system voll ähm, ja mein storage system ist voll kacke ähm, ich brauch mal bitte mhm, barrel äh, rats 8000 okay na, mal fix hier komm, 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 komm äh, wieso hat er das jetzt nicht gefressen? okay, jetzt ja, gleich haben wir es so okay dann müsste hier noch was liegen jawohl, dann habe ich noch einen Block Redstone in der Tasche den machen wir noch fix fertig so und so ach nee, da hin so weg damit sind ja nur noch 5 5000 hallo irgendwie ach, deswegen das nicht irgendwie mag mein Server glaube ich gerade nicht oder ich bestimme mich einfach nur ein bisschen doof an so gleich haben wir es 2000 noch 2000 noch so so gleich haben wir es okay so dann kann das ähm ich mach das einfach da hin hoppala nein das ich hasse das, echt tinder tinder jetzt drin tschüss so also ähm das haben wir äh oh treated wood das könnte ja noch ein bisschen eng werden ähm 60 ähm das ist ein bisschen aufwendiger zu machen ok und ich brauche hier die mega emerald platten ok also ich werde das ganze ja mache ich das offscreen oder machen wir das wir bauen Autocrafting ach komm wir machen wir bauen Autocrafting da haben wir wenigstens da können wir darauf hin ähm ganz gemütlich hinarbeiten ich meine der tut seinen Job hier ähm ähm den Kameraden den können wir jetzt mal rausnehmen den können wir mal hier irgendwo mit reinschmeißen zack zack das sollte ja kein Abbruch tun ne nö ok dann können wir den Apiary nämlich hier schon mal wegbauen ok ok das ist jetzt alles in der Trashkill gelandet super ich hasse Hopper egal ähm das kann weg das kann weg das lassen wir nochmal ähm dann brauchen wir auch nochmal ein bisschen Wood das kann weg 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 den Comp hier mit rein ähm 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 ok sag mal ich hab doch was von dem gechisselten Holz gehabt oh Gott der findet das sind Planks jetzt ok ok das war ein kleiner Leck das kann weg hier ähm das kann auch weg genau die Stone Frame Glass wollte ich noch haben ähm was ist das glaube ich ne das ist Reinforced Glass ähm den können wir da mal mit rein tun ach komm machen wir uns einfach was ähm äh chisel so Steel Framed zack dann ein bisschen Stone zack 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 wo hängen eine lampe fest super so hast doch das stil fremd er egal ich habe die schüsse so können wir das da wieder einsetzen dann sieht das hier wieder vernünftig aus die kante lassen wir hier einfach mal so wie sie ist dann haben die jetzt zwar keine keine verwendung mehr aber ich bin irgendwie stolz auf die wasserräder ich möchte die auch nicht wegbauen das ist einer der ersten sachen die wir hier gemacht haben ganz ganz aufwendig und die sollen auch ruhig da bleiben wo sie sind ja dann würde ich sagen ich mache hier schluss das kommt alles weg hier zack und dann werden wir wohl in der nächsten folge anfangen unser system aufzubauen zumindestens mal gucken wurde über den chor hinbauen können wo habe ich denn die da haben wir denn ein schönes plättchen für ein plätzchen finden im e kern läuft denn noch hier ja passiert auch was ja hier so vor das fenster oder hier so hin ich meine wir könnten das ganze ja 1 2 3 4 5 ja ich überlege mir was mal schauen ok jo dann würde ich sagen ich bin raus fertig bedanke mich bei euch fürs zusehen wenn es euch gefallen hat Däumchen nach oben ihr wisst bescheid und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin adios muchachos bye bye okay 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 yep okay 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 Vielen Dank.